Moin Freunde, was geht? Hier ist euer RapMarik und ich werde euch heute etwas nicht chilliges zeigen. Cottonwood Glitch, ja sehr umstritten, aber ich denke mal es ist ein Glitch und der muss auf jeden Fall mal hochgeladen werden. Auch wenn das ein bisschen pervers ist, da ihr übertreibt es nicht und knallt nicht fremde Leute in der Lobby ab. Ich zeige euch, es funktioniert wunderbar. Ihr könnt die Leute dann abknallen, wie ihr witzig seid, es passiert nichts. Vor allem ihr seid übelst geschützt, aber wer wirklich EYART in GTA sollte das nicht machen. Naja, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und zwar braucht ihr eine Garage, die ist hier. Ich denke mal es geht auch mit anderen Garagen. Zumindest muss dieser eine Stellplatz für dieses BMX sein, dass ihr das so auf dem Boden stehen habt, dass ihr raufsteigen könnt. Und dann, ja wie gesagt, BMX und ein eigenes Fahrzeug. Ihr fahrt als erstes mit einem Fahrzeug von euch raus und direkt so schnell wie möglich wieder rein. Und wenn ihr dann drin seid, steigt ihr sofort aufs BMX. Drückt dann R1, um das hier zu machen. Und dann halt müsst ihr versuchen vom BMX runter zu fliegen. Denn solltet ihr unter der Map runter fliegen können. Und wenn ihr das gemacht habt, spawnt ihr einfach irgendwo hin und dann hat es funktioniert. Glaubt mir, es ist ultra leicht. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, denn ich müsste mir jetzt die Garage wieder hier zulegen. Ich habe erstens kein Geld und zweitens halt die anderen Garagen, die voll sind und ich möchte da jetzt kein Risiko eingehen. Deswegen würde ich mir die jetzt nicht holen. Aber hier die Leute haben es ausprobiert, meine Leute. Und es hat geklappt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.